Ja, hallo, herzlich willkommen YouTube, beziehungsweise meine neugierigen Abonnenten wollten ja so wissen, wie sieht es jetzt aus, so sieht es aus, die neue Küche, schön, so hier schön mit Spülmaschinen, Moped, geil. So, ja, das ist meine Kühlschrank, wunderschön, hier, da, geil, wa? Ist schön, ist schnickisch, ist schön, ja, Kühlschrank muss noch ein bisschen ausbleiben, sieht aber schon gepflegt aus, ja, das ist jetzt, oh, hier, hoch, 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 man zieht es raus, hat dann hier ein riesen Moped und dann, zack, geil, ja, hier wird jetzt gezaubert, erstmal eine rauchen, ha, und dann, äh, ja, ich sehe gerade schon, die Dunstabschlossauberung muss ich nochmal sauber machen, weil, da oben, Fettfinger, da auch, ii, kommt das jetzt her, Luft hier an. Ja, wo gehobelt wird, da fein, Späne, ja, das ist jetzt, äh, die neue Comaner Krieger Kitchen, mir gefällt's, stolz drauf, sieht geil aus, yeah, und, ähm, ja, ich kann ja ruhig noch ein bisschen länger machen, hier immer noch Loch im Boden, da immer noch das Löckskind im Boden. Das Witzige ist, Leute, mein, der Typ, der mir dieses Ding da rausgeholt, oder der hier, diese, da, hier ist Baustelle Dresden 45 hier schön, äh, der Typ, der die Dinger rausgeholt hat, der guckt meine Videos, also sei hiermit gegrüßt, ähm, total geil. Er kam an, baute hier rum, bastelte rum und abends schrieb er mich an, hör mal, war ich bei dir in der Wohnung? Ja, warst du. Ja, und auf jeden Fall, äh, Dresden 45, da seh das nochmal, dauert noch ein bisschen, ich werde jetzt hier nochmal durchwischen. Eih, guckt euch doch mal an, das geht doch nicht, da, der Dreck. Oh, 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 Spüler, ja, geil, die Zeit hier, und noch schön, kühlen Moped, äh, guck mal, wie schön das schließt hier, ein Traum, oder hier, guck mal, guck mal jetzt, zack, hier unten natürlich auch, schön, guck mal, wie sanft. Ah, ist das geil. Ja, so. Und das, was jetzt hier noch steht, der ganze Ranz, Bokertisch habe ich jetzt da hingestellt. Ähm, da ist auch noch was. Oh, hier sind, hier sind schon mal die Headsets. Da ist auch das Headset für den Gewinner, sollte ich signieren. Habe ich auch gemacht. Ähm, ja. Ah, ich freue mich auf meine Neuküche. Schön. Hey, schön. Oh, hier. Oh, ich zeig. Oh, ich zeig. Zack. Platz. Ja, das ist das Ding jetzt, der Apparelle hier. Ich hoffe, da ich nicht zu viel rumgewackelt habe. Hm. Okay, eins muss ich sagen, hier die Dinger, die waren falsch. Die da, also da in der Ecke. Alter, der Asshahn ist doch geil, oder? Das ist stylisch hier. Bring nochmal an. Äh, das ist schön. Ein Traum. Ein Traum. Hier machst du zu. Geht auch. Perfekt. Ja. Auf jeden Fall die Mopeds hier. Da an den Seiten. Und da. Die werden noch ausgetauscht. Und dann, ach ja, Hochschränke hier, na, also dreifach. Geil. Ah, ist das schön. Frisch gestrichene Wände hier überall. Decke frisch. Alles frisch. Machen wir mal Licht an hier in der Funz. Schoing. Oh, sieht geil aus. Ei, sieht der schön aus. Ja, so, das ist die neue Commander Krieger Küche. Ich werde keine Werbung auf dieses Video machen, weil, äh, ist mir zu blöd. Ja, das würde ich nur mal kurz online schalten, damit ihr euch das anschauen könnt. Griffe sind sauber. Hier oben die Lampe packen wir mal schön hier drub. Sieht ein bisschen geiler aus, oder? Sieht ein bisschen geiler aus. So. Oh. Ja. So, ich werde jetzt nochmal hier so ein bisschen die Arbeitsplatte sauber machen. Und, äh, ja, danach einräumend Kühlschrank darf ich erst in sechs Stunden anmachen, wegen der Kühlflüssigkeit da in dem Ding. Jo, und dann geht's ab. So, NBA 2K11 wartet auch schon. Ein bisschen Badadadigubaff. Ja, weil wir ein bisschen schreien. Ne? So. Liebe Abonnenten, ich verabschiede mich mit einem Gutschuss. Euer, ja, Krieger aus der Küche.